Zum Hukies Club, zum Specialized Hukies Club und ich werde jetzt hier ein bisschen mitfahren und jetzt mal ein bisschen testen, mal gucken wie es so läuft, ich hoffe es wird ganz chillig, ganz easy und ich werde jetzt meinen ersten Run machen, meinen ersten Trainingslauf machen, ich habe gerade Pflichttraining und ja, da werde ich euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen und euch mal ein bisschen die Strecke zeigen, euch den Lauf zeigen und jo, bis gleich! Zettel Das war's für heute. 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 Das war's für heute.